So, herzlich willkommen zu einem Gameplay hier auf unserem schönen Kanal und ich zeige euch heute eine schöne kleine schicke Demo und zwar in drei Parts, das ist der erste von drei und zwar nennt sich das Max and the Magic Marker. Eigentlich ein Spiel für die Wii, ist aber auch für den PC erhältlich und ich habe einfach mal jetzt die Demo hier gezockt. Ja, hier geht es einfach darum, dass man ein kleiner junger Mann ist, der kleine Mann mit den orangenen Haaren da unten, das ist die Spielfigur und man hat einen riesigen großen Zaubermarker, sage ich mal, so einen Textmarker hier, diesen großen Stift mit der Füllung da drin, diesen orangenen. Und damit kann man sich Sachen in seine Spielwelt reinmalen, wie zum Beispiel, ähm, ja, wie zum Beispiel dieses riesige Ding, was ich gebaut habe, um es auf den Houdin-Lucas-Apparat fallen lassen zu können. Ja, diese orangenen Kügelchen sorgen dafür, dass meine Tinte wieder aufgefüllt wird, das seht ihr, wie diese Kügelchen in meinen Füller reinwandern und diese weißen Kügelchen, ja, irgendwie sorgen die dafür, dass ich mehr Glühbirnen habe oder so, ich weiß auch nicht, was das, was das bringen soll. Ja, das ist, ja, wie kann man es denn, Geschicklichkeits-Jump'n'Run-Spiel, ähm, sehr lustig, würde ich sagen, man hat immer diese grünen Heinis hier, die einem Tipps geben für Leute, die dieses Spiel noch nicht gespielt haben, ich habe es schon ein paar Mal gespielt, ja, hier kann man sich eine Brücke bauen. Und ihr habt gerade dieses Liederne Monster gesehen da oben, ja, das ist ein Monster, was ich im Laufe dieses, der Geschichte dieses Spiels selbst erschaffen habe und nun versuche ich, äh, dieses Monster in meiner gezeichneten Welt, äh, wieder wegzumachen und muss dafür halt Abenteuer bestehen und so, aber das komplett sieht man halt nur in der Vollversion. Ja, dieses Spiel ist auf jeden Fall was für kreative Köpfe, nicht für Leute, die schnell an irgendwelchen Problemchen verzweifeln, das ist nicht so ratsam. Und ja, das ist ja einfach mal ein kleines Gameplay, damit ihr seht, hey, vielleicht gefällt mir das ja, denn könnt ihr das auch mal spielen, weil dieses, diese Demo ist, tatadata, kostenlos. Das einzige, was ihr dafür braucht, ist Steam. Steam ist relativ einfach zu bekommen, und zwar durch Google-Suche, Steam, dann Downloaden und fertig ist. Und dann geht ihr einfach in den Shop, gebt ein Max and the Magic Marker, dann kommt ihr auf dieses, auf das Feld von Max and the Magic Marker und fertig ist das Ganze. Braucht ihr nur noch auf Demo runterladen, klicken und fertig. Ja, dann habt ihr diese schicke Demo. Und wenn ihr dann irgendwann nicht weiter wisst, könnt ihr euch die Videos hier angucken, und dann seht ihr, wie ihr was machen müsst, wenn ihr gerade nicht weiter wisst. Ich habe beim ersten Mal auch nicht alles so super hinbekommen, aber jetzt habe ich es jetzt zum dritten Mal jetzt gespielt, und jetzt kriege ich das eigentlich super hin. Ja, hier muss man einen Stein malen, sagt mir das Schild, damit ich hochkatapultiert werde, und ich male mal so ein Teil. Naja, ein Stein ist es nicht, aber es hat mich hochkatapultiert, und das ist das, was ich erreichen wollte. Jetzt sagt mir dieser grüne Heini hier, dass ich mit meinem Stift schütteln soll, und dann kriege ich Tinte wieder weg, wieder, also eingesammelt. Genau, das wollte ich auch sagen. Ihr vermalt ja die Tinte, und dann wird halt der Tintenvorrat in eurem Füller, äh, weniger. Und den kann man wieder reinbekommen, indem man, ähm, die rechte Maus das gedrückt hält, und dann mit dem Stift schüttelt. Okay, das war's jetzt für den ersten Part.